Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Labarant von uns, Mats hat die Abonnenten gefällt, deshalb ist es jahrelisch fortgeschritten. Alter, ich hab gar nichts bekommen, da ich angeblich auf K gewesen wär, fuck. Ja Mats, was machst du denn auch, solange ihr im Labarant auf K zu stehen? Alter, ich hab auch vier Herzen verloren dadurch, wollt ich mich verarschen? Ja, damit man nach dreimal auf K stehen auch stirbt. Und ich re-gen das nicht mal. Ich re-gen das nicht mal, weißt du, weil das Labarant extrem ist oder was? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht, weil ich hab auch schon eine Halbsivs verloren. Man kann auch keine Blöcke ins Inventar nehmen, das ist ja cool. Das stimmt. Das hat mich gar nicht mehr so... Jetzt kommt auch schon ein Dracke. Und ich mach mir wieder meine Cheeto-Tactics. Ohhhh, alle anderen nach Reiserschäden. Ich mach den Rand runter. Just because I can. What? Fuck, ich hab gerade rausgetappt aus Versehen. Ja, meine Aufnahme war das aber auch schon nicht. Oh fuck. Ich cheate doch nicht, nein. Was gab es hier? Oh, ich bin gerade fast hinfängig mit meiner Maus. Enderdra! Die hört sich so spooky an der Enderdra, finde ich. Ja, diese Geräusche. Nein! Was wirst du hier reingefallen, Idiot? Nee, das geht nicht. Oh, nein. Kannst du jemanden helfen? Nein! Jetzt fallen die anderen rein, die anderen rein. Seid ihr alle im selben Loch stuck oder wie? Ja. Also ich bin im keinem Loch stuck, das ist das Gute. Nein, nein! Jetzt sterbe ich doch nicht, weil ich jetzt nicht immer an der selben Koordinaten stehe oder was? Das wär ja so geil. Du verarscht mich doch! Du verarscht mich doch! Du verarscht mich doch! What? Nein! Ich bin hier auf K. Oh! Halbes Herz, halbes Herz Leben, Jungs. Kein Problem. Halbes Herz Leben, Jungs. Kein Problem. I'm gonna get the hell out of you now. Boah, sind das drei Blöcke? Ich weiß nicht, sind das drei Blöcke? Wie komm ich denn? Alter, ich hab ne halbes Herz, ich darf maximal zwei Blöcke runterfallen. Sind das zwei Blöcke? Nein, das sind drei! Shit, ich muss da wieder hoch! Fuck! 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 Lass mich da hoch! Nein, ich komm mir nicht mehr weg! Nein! Rest in pepperonis! Ich komm mir nicht mehr weg! Das sind drei Blöcke nach unten! Ich hab nur ein halbes Herz! Nein! Das sind vor allem... Ich kann nur noch in den Tod springen! Nein, warte mal, ich kann nicht abbauen! Oder? Ja! Ja! Oh! 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 Fuck! Fuck! Das sind zwei Blöcke? Ähm... Oh! Weißt du was? Wenn du dich... Bei dem Redstone hier... Wenn du dich bei dem Redstone hier runter... Du hast das geschafft! Oh! Noch lebe ich! Oh! Shit! Nein! Oh! Ich dachte, ich wär draufgegangen... Ich dachte, ich geh drauf! Äh, jetzt hab ich aus dem Augen verloren, weil ich nicht beantworten musste... Fuck! Fuck! Endel Drache! What? Was war das? Der Endel Drache, hallo gesagt! Der Alter, der hat ungefähr so ins Gesicht gespuckt, glaube ich gerade! Aber er macht keinen Schaden der Drache selbst, ne? Der ist nur das Zeug zerstören, glaube ich! Alter! Alter! Ich würde mir am weitesten... Mal schauen, wenn ich hier weiter buddeln kann, jetzt! Bist du nicht, aber okay! Äh, jetzt nicht mehr, aber hey! Du hast eine Chance... Machst du das eine Chance zu gewinnen? Ich bin... Ein halbes Leben überlebe am Ende! Alter, das ist mir so broken! Aber wenn ich jetzt nur einmal runter verloren... Ich hab' am Arsch! Drei Blöcke, drei Blöcke ist die... Hu! Hu! Da geht's ein bisschen weit runter, würde ich mal sagen! Ja! Das wird nichts, Matze! Alright! So, we just gonna need to get out... Alright, euer Retor, ha? Ähm... Ja! Ähm... Beim halbes Leben ist es ein bisschen viel weiter runter... ...gambeln, oder? Ist das so aus? Ich weiß gar nicht, ob es beim Leben bei diesem Teil der Lava ist... ... ist Lava, was überhaupt die Lava an sich ist, weil die wird die ganze Zeit vom Ende drachen... ... gefuttert, hab ich schon das Gefühl! Ja, das könnte doch auch sein! Ich bin schon mal ein Grundstück weiter... Ich bin jetzt am weitesten unten, ne? Ähm... Ist die Frage, wenn ich jetzt hier einfach überleben kann... ... kann ich hier runter steppen? Ne... Runter steppen? Runter steppen? Runter stecken? Ne... Das sind immer diese weiße Wolle, die man hier abbauen kann, aber... ... vor der man nicht fliegen kann... ... das ist ein eindeutig mit... Oh fuck... So, zwei Block... Ein weiterer Enddach ist erschienen... Fuck, das sind drei Blöcke... ... ich komm mir nicht runter... Versuchen wir uns zu überleben... ... ich schau mal eben, was der andere hat... ... äh... was der andere hat gemacht... ... der andere ist voll am Arsch... ... der brennt... ... okay, ist tot... Wuuu... Nice, GG... Cheats? Man cheater nicht... ... komm, noch ne Runde... ... noch ne... ... hoppla... ... komm, noch ne Runde... ... das ging zu schnell... ... äh... ... äh... ... wo geht's denn hier... ... Teleporter... ... Alter... ... boah... ... mit nem halben... ... also ich hätte... ... boah... ... tuuuh... ... hihihi... ... dieses Schutzschild ist so cool... ... Alter... ... grad hat echt Puls... ... was... ... komm schnell, bevor es voll ist... ... ja, ich komm immer rein... ... als Zuschauer komm immer rein... ... das hat Luki doch so gemacht... ... ach so... ... wenn... ... stimmt das... ... ja... ... ja, stimmt sogar... ... äh... ... mit nem... ... halben... ... Herz... ... mit nem... ... halben... ... halben... ... halben Herz... ... gewonnen... ... geil... ... ja geil... ... ich hätt noch mehr dran auf... ... macht's... ... nicht Spaß... ... doch das freut mich jetzt... ... weil ich... ... ähm... ... doch... ... mega aufpassen muss da am Ende... ... dass ich ne Wunderfall... ... hätt ich hier jetzt auch einfach nur... ... irgendwo hinkommen... ... campen müssen... ... weil die... ... du warst so weit unten... ... da kam die Lave erst... ... in Jahren später hin... ... ne... ... die Lava war bei mir unten... ... gewesen... ... ganz am Ende hat man's gesehen... ... die Lava war da... ... die Lava war da... ... und hat dich begrüßt... ... ja... ... sie war auf dem selben Stockweg... ... und hat dann da angefangen... ... wegzubrennen... ... aber... ... leute... ... kommt zu mir... ... ja... ... alleine ist aufsteuert... ... oder... ... ach so... ... weiß ich nicht... ... ja keine Ahnung... ... ja... ... ich war... ... die Lava war da... ... wow... ... ich dachte gerade... ... der Typ mit seinem... ... rot-orange... ... wir können uns jetzt gemeinsam... ... die Lava anschauen... ... ok... ... ok... ... oh Gott... ... ueih! ... ... zeige ich mich natürlich noch... ... noch nie... ... dass man nicht... ... dass man unnötig... ... wenn nicht unnötig... ... naja... ... staatänze ausge booth... ... also was... ... ist decision verbessern... ... ich... ... soll ich da cheaten? ... und ich die Lava hat... ... nann jetzt mal... du ich gehst voll Jolo er macht es nach schenken da gibt es sich da auch alter ich würde gerne damit würde ich auch das schild hängt er in der Luft alter Mr. Lauch lauchigen Tod alter ist er ist unter euch ich wollte vielleicht runter graben weil unter euch ist schon alles weg plötzlich wo fällt mir jetzt am besten hin es kommen halt durch den guten Drachen Leute stellt euch halt nicht in mich rein kurze Türken also echt mal eben eben ich jump jetzt ein bisschen runter tut ja das oh hallo hallo Mr. Drache fuck ich kann hier nicht gibt es hier eine Möglichkeit runter zu kommen was optimal ist das war das war ich will mir ein paar Herzen abziehen hier das ist ein bisschen ungünstig fuck lass mich hier raus ah ne das ist Glas alter shit 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 oh ich bin weit unten man ich bin weit unten sehr weit unten ich bin sehr weit unten ich arbeite dran mich runter ich wurde ja ausgeschmissen wieso das dann ist ja tief gefallen wenn ich rausgeschmissen wurde ich muss gerade darauf achten dass ich kein damage bei mir runterfallen kann oh je scheiß das habe ich ja gemacht oh scheiß oh scheiß niemand an oh scheiß niemand an ne echt nicht weil da nachts ziemlich dreckig oh je oh voll böse was machen wir hier leute also ich lauf hier sehr schnell sehr weit nach oben es ist nicht von fuck das ist echt ärgerlich das ist wirklich ärgerlich das ist halt echt ärgerlich wenn man so viel Leben verliert echt ärgerlich wie viel habe hier hast du vier Herzen oh ich bin ja noch mehr ich habe viereinhalb ach ne Herzen ich habe neun AP vier Herzen viereinhalb ne warte oh Gott ne ne du hast vier Herzen ja genau ich glaube kein bullshit alter crazy ich habe ich weiß gar nicht gibt es hier eigentlich auch diese zu fliegen und dann fehlen da vorne mir ein paar Blöcke und das Ding fliegt einfach drum nicht durch was heftig ist wenn der Drache durch dich durchfliegt und unter dir die Brücke weggraben du deshalb in den Tod fällst das ist böse das ist glaube ich ganz am Anfang mal als wir das schon mal gespielt haben schon mal passiert oh la la die Lava ist bei dem Ding ich bin nicht so weit oben was der fuck überhaupt nicht ne wie in der Regenerationshafte ich nehme eh noch so weh mmmm das sieht gut aus das hat echt so Jump'n'Run Element in der Lava muss ich ja sagen ne immer schaut wo man runterkommt aber nicht lol der Villager alter alles abgebrochen alter dieser Drache man aber das ist schon eine super Idee von dem Server hier mit dem Drachen die soll mal unter lol da bist du ja da bist du ja ah da geht's hä? ja gräbst du mit mir Matze? nee ich wollte laufen da aber das kann ich nicht das Spiel endet in 60 Sekunden 600? äh 600 Sekunden ja das ist einfach dasselbe hahaha fast dasselbe 10 Minuten oder 1 Minute egal eine Dezimalstelle Matze was willst du denn machen? ja Danke Drachen dass du mir hier unten ich bin da vorne ich bin da vorne ich bin da jetzt weg über meinem Kopf damit ich hier weiter runter kann ähm geht's hier runter fuck kommst du da runter? äh äh ich glaube ich bleib einfach neben sich an ein Treppenhaus das kann nicht schaden treppenhaus lol was ist das für eine riesenbombe da vorne hast du die gesehen? in nem Stock weg alter Schwede ok kann bitte irgendjemand sagt mich die sollen mal nach oben rennen das mach ich natürlich wenn man dass man denen das sagt du tust das und stirbst dabei aber nein wenn ihr sagt das das Fensterspringert dann tut es mich fuck ich hab das Herz verloren was ist gerade passiert? nein wieso höre ich auf euch? die Türken wieso? wieso logging kiess wir gub sie haben gesagt es soll nach oben gehen ich dachte mir ja ok ich geh mal nach oben wenn ihr wollt dann ist da eine Bombe hTS mitsinn wart im töd warte warte mitsinn doch noch rennt doch mal nach oben x mann nein aber immerhin ich war dritter oder so was glaube ich ich höre zu sehr auf euch leute sorry aber ihr wollt mich doch nur sterben sehen ich hoffe es nicht ich hoffe dass die drachen und zwar vor den weg frei räumen kommen schon drogen und wie der dritte heißt weiß ich gerade nicht mehr das ist eine schande die drachen aus game of thrones wieso weißt du das nicht das gibt es doch nicht leckte ich kann es nicht sagen was kannst du denn überhaupt sag mal was machst du gerade ich laufe gerade durch das gebäude durch das stockdeck und such den hebel ehrlich gesagt ja das tust du bei mir definitiv nicht das ist bei mir ein ganz slowmo gerade ja server leckt hart okay jetzt wurde ich gerade zurück gesetzt ein bisschen halt das ist jetzt im spektatel für grausam jetzt auch zu spielen wenn ich ehrlich bin ich werde die ganze zeit zurück gesetzt das ist das problem im extremsten stirbt gerade kann es sein leckt wie sauer ab so einer gewissen zeit der andere hat die kiste gefunden und diese brennen wieso brenne ich jetzt aber ich habe die kiste auch gefunden ich hätte nicht aufmachen bei mir nicht aber lecks are real lol ah jetzt also die anderen 14 herzen ist fünf herzen ich bin gestorben gestorben wie weiß ich nicht ich war plötzlich total baum wahrscheinlich ich brenne schuppen alter die leckung und dann war ich einfach tot vielleicht wollte das spiel nicht mehr aber bist du schon draußen ich bin draußen ja nur noch zwei wird hier geschrieben im chat vieler bei mir läuft es nur rum lol echt lol so geil chillige sache würde ich mal sagen ja ich hatte es auch bis abonn was ich stehe am spード Ja. Ich blick halt gar nichts mehr. Hub! Ich kann nicht Hub eingeben! Du stehst dich auch schon am Spawn! Jetzt hat's! Looooool! Alter! Das ist ein Rats! What the fuck? Gut, ihr habt's ja gesehen im Video. Ja, bei mir auch. Ach, ich hab noch Schutzschild an. Nee, ich hab nicht an. Chilling something. Aber okay. Auf jeden Fall ist, glaub ich, ziemlich lustig. Und, ähm, Lavalon ist generell so eine coole Sache. Ich mag Lavalon voll gern. Ähm, sagt mal auf jeden Fall, wie euch die Extremvariante diesmal gefallen hat. Ähm, ich fand's echt ziemlich cool. Ich habe gewonnen, aber ein zweiter. Es läuft halbwegs, ist in Ordnung. Ich kann damit leben. Aber da wird wahrscheinlich... Sie ist an. Aus? An? Post-Media-Animation. Auf jeden Fall denke ich, war's das erstmal auch von Lavalon oder... Jo! Wir bedanken uns allen fürs Zuschauen. Und bis zum weiteren Video. So indeed. Macht's gut. Ciao heute. Vielen Dank.